So, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen APT von, das ist halt die Fresse, mit Yannick Nieland, sag mal hallo. Das ist ja schön, von einem komischen Server, der die IP ist in der Beschreibung, also Yannick hat mich hier hingeschickt und hat gesagt, ihr habt das wohl Geld, da gibt es Waffen und so ohne Mob und so, aber irgendwie, gerade hatten wir ein bisschen gespielt, aber wir haben jetzt keine Ruhe mehr zum Waffen auswählen. Ja, weil noch 10 Sekunden kriegen, zwei Sekunden, noch 10 Sekunden, noch 10 Sekunden, okay, jetzt issuing doch. Was denn das ist, was ist das? Was, fünf, vier, drei, zwei, eins. Kein Gewinner, die haben es nicht mehr gekriegt. Ich bin widmet, du? Und ich habe wieder noch aus, du? Du hast, du, du, du. Hey, du, 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 du. Hey, hey, du, 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 du. Hey, du, 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 it, du, 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 du. von dem und so ein Typen und so wollen sie gehen noch zum Glück auf 20 Prozent noch nun geht das heißt noch ich höre gerade ist geregst schon ist Köln Köln Schildgerätskollektor Fäckwürttemberg zu zocken Kortlaufjahr um die Missgeburten Kettgenetik für die Juli ja Köln Köln Freie hat die Woll bei der Welt Niemö gegen die Erzählung ich will und ist ja ja du bist du schädlich und ihr er hat er und es geht nicht mehr zu tun und ich hab ich hab ich hab ich hab Schockgarten worden neun mal sich schon das heißt wenn jetzt sind jetzt die Noten herkommt und er hat gesagt das ist auch nicht bis zum Leben und sind gelaufen ja ab bei der aber die Karte er muss ich mich an also diesmal so dass sie nicht die Schiedsordnung wie so wie es nicht mehr und er hat so die Worte müssen gehen so wie es ist so wird uns doch mal der Hauptsatz ich bin auch tot ja ich habe auch und es auch so wie ich will es nicht die Kindheit es gibt also wie ich nach dem Kühlschrank zu haben vorhanden das ist der Zettel ja genau und so ist er zufrieden er hätte er mir das ist so gut kann ich nicht lesen das muss gar nicht das schreibt man kann es jetzt doch mal zu Ende ist es so eine machte noch mal uns mal die Dämpfe sie lieben das ist ein Nase der mich erhältlich dass es nicht so ist er alle die Akkampons kann aber vor allem war es ist ganz aber auch ich habe gleich meinen viel die zu tun als der Tod euch hat gerade schreibt das so viel ist ja folgt aber Marek Heger, Tocca Helicoptera, Pasch. Marek Heger. Ja, weil der mich dann fragt, wie ich auf Skype weiß ich, das Lappenkind. Ey, der kann mich mal am Arsch lecken. Ich gebe es nicht. Boah, ich bin Zombie und leuchtet über Häuser. Der passt jetzt nicht vergessen, was? Oh, die sind überall laufen heute. Ne, ne, ist ja einschusstot, ne, was ist das? Ja, die geben bestimmt die Idee, die geben irgendwie eine Million Euro oder so aus. No, lol, Alter, was? Ja, sag ich doch, einschusstot, das ist das hier. Ja, das meine ich doch, die gehen dann bestimmt für Geld aus. Ja, die IP, 10 Euro, dann hast du die Overpower-Würfen, Alter. Das ist richtig, Leute, Alter, das ist richtig unnormal. Ohne Spaß, ich weiß. Du willst das machen, oder? Ey, hier gibt's Kisten, hier gibt's Kisten. Alles gar nichts drinnen, läuft. Geht kacken! Dürfisch. Nach der, auf und der. Oh, oh, so. Wir sind oben, ne workbench, ohne Kisten. Ja, ist klar, immer und ich schreibe, okay, jetzt reizt mehr. So, ja, doch, schreib ich jetzt richtig. Waschlapperstuh. 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 Torte. Ähm, lasst doch Puls, geht nur, ich mach mal. Ja, so ich fände, so muss man halt schützen, ne? Ja, ich bin auch so fände, ne? Ja, immerhin 16 Abos, ich meine, ich hab' mehr, aber okay. Ne, ne, du hast null. Deine Mutter hat null. Du, du hast fünf, fünf hast du, ne? Ich weiß gar nicht, warum, ich hab' ich hab' mit einem Kumpel von mir. Ich hör's doch, wie hier, Skrillex, gleich, wir hab' rotfuck. Und ja, ich hör's doch noch mal weg. Ich versuche mal, wichtig zu killen hier. Ist auch der Sinne, ist irgendwie LPT's, ne? Nein, das ist es nicht. Wir sind dafür, es ist freundlich, mit den Gegnern das Thema auszuregen. Was willst du für ein Pferd? Yo, incoming von Zombies. What the fuck, die hat, sag ich doch, die auf Panzerpost oder so. Zombies hab' gewonnen. Ja, nice man. Okay, wir haben wieder die, ich nehm' die M9. Und dann nehm' noch die M4. Wir sind die M1014 wieder. M1014? M1014? M1014. 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 Wo ist die? Grünes Jump'n'Run. Mal runterrufen. M1014. Wie ich se, ich glaub' ich, der Server mittlerweile ausmischen, ne? Äh, warte, ich guck mal. M1014. Ja, wir haben ein bisschen Platz gemacht für den... Ey, ich se da keine M1014. 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 Ach so, ach ja, die Shotgun. Na, genau. M1014. Wie gibt's eigentlich schon ne Art? Piller, sogar, sogar ein... Piller, what the fuck? Ich geh mal ein bisschen hier raus. Wuiiii. Wie raus? Man kann aus dem Sporen raus. Irgendwie... Ey, ey, wir treffen uns wieder da hinten, wo du... wo du durch die Türhörn gehst. Ah, scheiße. Ich bin auch, ich bin ne Schwesterin. Wir gehen. Wir sind wieder... Bitte. Ja, ja. Ah, schon wieder die Mab. 건 wieder die Mab. Es 금att. Ge Kacke! Ja, ja, stimmt Chance, bis Geburt, stimmt, schupt, 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 schupt. Ja, nein. Pax berry lucky kill. Ich hab ihn gekillt, ich hab ihn gekillt. das erster Todesort auch erster erster er noch nicht weiter er hat sich nicht mehr komm mal her ja nur weil du schlecht bist schlecht im Bett da geht es einfach mit euren scheiß Hacker Waffen hey das sind wie ein P-Waffen wenn Hacker Waffen sind ich nenne die aber jetzt Hacker Waffen okay Hacker Waffen diese alle einfach mit den Schwertern drauf gehen weil es ja ja ich stürte hier die ganze Zeit alle es gibt ja nichts effektives als dein Verzaubertes Bier ich hab wieder zwei Leute gekillt wow das tut nur mich ja genau ich hab Brokehler gekillt du wurdest getötet oh mein Timo wurde ich gekillt boah geht kacken hallo geht kacken und gehen kann man sich nicht zu dir als Schwerstel ich bin aber die Gäste haben wie er ist wohl die Hälfte der Ortskollektion der Kassel das war diese verdanken Kranaten die Kassel mit dem Lernen zuerst welches Lernen hast du ich bin gleich eins ich auch weil ich war noch nicht mehr ja das ist ja auch der Sinn von diesen ganzen Matches mit dem Level-Befangst, damit du die neue Waffe wachst. Nein! Ach, Mist, ey! Elektromos auch nicht gewonnen! Leute, ich wollte noch die Hälfte. Ich hätte noch die Hälfte gebraucht. Oh, ich hab nur noch drei Kills. Ich nehm auch mal die M noch was. Was glaubst du, was wollte der Pole von mir? Ich glaub, der kennt mich gar nicht. Einfach nur, der hat einfach nur Polsk-IP geraten, oder? Wetten? Wetten, wetten. Wetten, wetten. Wir nehmen jetzt gleich zehn Minuten auf. Ja, und? Ey, was glaubst du, wie lange nehmen? Wir sollen wir auch nehmen, he? Halbe Stunde. Halbe Stunde? Ich will nochmal frei für alle machen, nicht. Das kann man aber durchaus gar nicht bestimmen, oder? Nein, ich glaub, das macht der Serverbesitzer. Hallöle, wie heißt du? Deine Mutter. Ja. Ähm, ich glaube... Ey, ich geh mal wieder raus. Oh, ich bin drinnen. Es geht los, warum? Ja, wo bist du? Wir haben wieder raus, ich bin Timon. Ey, die ganzen Maps sind voll von Call of Duty geklaut. Das ist hijacket, Alter. Ja, diese Map, die ist voll von Call of Duty geklaut. Ja. Voll geil, ey. Oh, YOLO, YOLO. Ist das wieder alle gegen alle? Nein. Nein, das ist Team. Also Team Blau gegen Team. Was bist du? Welches Team bist du? Blau, äh, rot. Entschuldigung. Oh, du bist die blauen. Ich steh auch grad in blauen. Oh, what the heck, ich hab drei... What the heck? Ich hab zehnmal auf den Kopf geschossen und der ist gestorben. Das ist aber übelst Highjacket nachgebaut. Ich hab immer die Map auf dem Video. Und die anderen. Vielleicht zeigt die Map ja auch so. Ne, das weiß ich ganz viel, die heißt, nach. Geh sterben. Ich hab jetzt nicht mal gemacht. Boah, die Typ, grauen mir hier alle meine Kälte. Ich war kacke. 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 Ey, ich wurde von Keule gekillt. Die kinettenen sind aber zuletzt gekillt, ne? Keule, ne? Ich komm jetzt hier schwer an! Ja, ist klar, ich kacke. Bei mir läuft grad grad kiegelung. Der mano hat vor Valenzier. Ich hab nichts weiter, äh, die Skriegel. Dann komm sofort mal auf diese Bin am Dreiebsel. Los! was ist sehr gut hast du diese match überhaupt jemanden gekillt ich hasse das die im wettkopf die er noch nicht aber wir nehmen erst fast 13 auf die ganze Zeit nur scheiße ich glaube nicht mehr nicht. Ey, muss uns ja alles mal reinführen. Ey, ich glaub, ich glaub, ja, das kommt dann, kommt dann jetzt Mork hoch. Ja, ich hab den mit der Anschlusswaffe gekillt. Was ist das für Loob? Das Beste ist ja immer noch hier, ähm. Bam. Habt das unser Anlieger bekommen, oder? Na ja, ne? Jetzt komm ich. Ja, der hat ne Granate, der Kuh. Alter, der fliegt, was ein Hacker. Der fliegt? Ja, man. Vielleicht ist das ja auch der Serverbesitzer. Nein, Manu. Ja, Manu. Ja, Manu, sein Vergriff ist okay, der ist es nicht. Man, die alle. Juhu, von hinten nehm ich die alle. Ich krieg die irgendwie alle voll von hinten. Lass dich mal wieder ein Professionelles. Ja, ja, aber Krampferdoktor und ein Buch, wenn der Let's Place macht. Ich hab' aber, wie schon eskalieren ist, ja. Geh' kacken. Boah, ja, komm, ey, schreib' nicht noch. Und, 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 und. So sind's. Ah, ich hab' doch 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 doch. Mal gucken, wenn wir nicht. Ich hab' noch zwei Minuten. Nach zwei Minuten läuft das Match jetzt auch rein. Nein, ich muss ein bisschen campen. Hast du auch den Camperwaffen drin? Ich hab' die ... was? Ich hab' die ... was? das war die Wachschutz war die Wachschutz Wachschutz geworfen und schon die Kinder sind das Haus von Ostdeutsch nur als erster zu einem Herzen erster hier haben wir das und nur es ist werden es ist schockt sie sind wiederum erster oder so jungen nicht tun das ist auch schnell zu halten wer stellt mich über mein kraften links Prozent welche Geld sein wird das ist die Welt wenn du auf den Link drückst du kommst echt auf YouTube das geht Hallo Schalke-Fan, schicke Schuhe. Ja, ne, finde ich ja. Die habe ich schon länger an. Die riechen aber auch noch nicht. Also von da ist das nicht heiße Schuhe. Ja. Oh, cool, cool. Da ist wieder dieser fliegende Hacker, Alter. Kann man ihn killen? Nein! Du kannst dir maximal dein Herz abziehen. Da wird ein Gelken. David Gaylord. Nein, David Gaylord. Mit vielen langen Schwuchteln von Fickhausen. What to fuck, nicht turnobstarte. Geh kack ein. Ja. Vorher noch ein Ding ist ein Kill, dann habe ich Prestige 1. Ich auch da. Ich sehe nicht was Gameplay. Auch da bist du keine Lappen. Voll kacke. Ich habe irgendwie ein Skinny drin. Wieso? Doch, was? Echt? Ich sehe eins genug, gehe nicht. Und ich so meins genau nicht. Hey, hol auf jetzt zu. Hey, hol auf jetzt zu. Warte, der hat mich voll. Der hat mich voll von Flugzeug weggewandt. Weg zum Lommi, Hanna. Okay, ich nehme mal jetzt mal die M4. Und die M9. Nächstes Mal nehme ich die Sniper. Welches Level? Das ist immer noch 0. Nächstes Mal. Ja, ja. Ich hab... Ich bin im nächsten... Nächstes Mal. Killer sogar. Polsky Gameplay. Ja, was will der wieder? Ja... Er will bestimmt wieder nur meinen Skype-Accounts haben. Masch... Nää... Skype hier. Ey, warte, muss ich kurz mal nachgucken. Ob ich ihn bei Skype hab. Ob ich ihn bei Skype hab. Ich nenne jetzt bei Skype. Hab ich ihn bei Skype. Vollzief von Polsky Gameplay. Lass ihn in Ruhe. Er nimmt auf. Ja, genau. Hab ich geschrieben. Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur eingekillt. Ich hab eingekillt. Die Ecken hab. Die Tüte für Ferien. Was? Machen wir das nicht echt mit Real Life Videos? Machen wir das nicht echt mit Real Life Videos? Ich hab... Der hat mich voll... Voll. Ich hab wieder mit Feuerwaffen. Ey, ich nimm das auch. Ey, ich nimm meine Kamera mit. Nehmen wir aus. Das ist wieder alle gegen alle, oder was? Ja. Ja. Einfach mal. Leute. Einfach mal. Einfach mal. Einfach mal. Einfach mal. Einfach mal. Scheiße. Hallo. Hallo. Was ist das für ein Hacker? Was ist das für ein Hacker? Jetzt kommt zum Punkt. Ja, ich bin Christi, ist alles junge. Ja, ich bin zwar raus, aber ich hab's trotzdem geschafft. Aha. Ja, okay. Ich hab's drauf. Prozent und jetzt muss ich jetzt mal es ist Prozent ein Bildung ist es eben nicht erst auf die Wolle also das war und die GmbH der ja aber das war die Kappel verletzten der GmbH der Scheiß habe ich auch wieder wir machen einen geilen Troll und zwar, entweder nehmen wir das auf oder auch nicht, wir wissen noch nicht, ob... Und dann kannst du schon Pizza mitmachen. Ja, okay, 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 tschüsschen. Ob wir das jetzt wirklich ein Snatcheln, ist natürlich die Frage, oder ob wir das halt erstmal lassen, weil, ne... Ich weiß nicht, ob das jeder will, ihr könnt ja mal die Comments schreiben und zu allen drei. Ich denke mal, der Herr Dingens wird das auch nochmal verlinken, der Herr PolskLP, also drei Kanäle. Okay, wenn... und dann denke ich mal, könnt ihr euch hier mal die Videos... Und man schreibt mich an, das ist auch ganz cool. Ich kann jetzt aber nicht zurück, ich kann jetzt hier anfangen. Auf jeden Fall wollen wir das halt machen, weil ich weiß nicht, ob seine Tüte scheißt, aber... Naja, wir werden das finden. Und dann sind die halt so komischen Typen, den wir nicht kennen. Ich liebe die, den wir nicht kennen. Oder, ja, diese Service. Und wenn wir die vorliegen, dann Böller rein tun und dann warum... Und dann, wie gesagt, in den Videobeschreibungen, in den Videobeschreibungen, wenn ich dann... Es gab ja, es gab ja sehr viele YouTuber, die dort gelabert haben. Guckt mal die Videobeschreibung. Guckt mal die Videobeschreibung zu gucken und so ne Kacke. Ich sage, Freak MC hat ein Lied darüber geschrieben, dass ihr mal in die Videobeschreibung gucken sollt. Ich hab das schon mal... Ja, das ist für dich eigentlich nicht schlecht, das ist... Das mag ich auch in die Beschreibung. Ich mach' ich auch in die Beschreibung. Ich mach' ich auch in die Beschreibung. Das war so mit Endführer und so. Nein, das gab nicht von Bietunen. Mein Freund hat auch angesprochen, ich weiß nicht, wie... darauf gekommen ist. Auf jeden Fall in den Namen, wenn ich jetzt hier nicht will. Und das war kein... Ja, das war kein... Die Seite habe ich auch wieder auf dem Namen, frag mich nicht. Ach, was steht da wieder?! Oh, Alter, das sieht so eplisch aus, ne? Dada da da da! Hat Bock zu Skype... Hat Bock zu Skype... Nein, echt? Junge, wie ist Skype schon? Lappen das ist uns grüßt ich bin wieder oben Hallo Schalke-Fan das ist kein Schocken so ich mich jetzt Prozent Prozent Böse das ist das für ein Black hier, ey, alles ist weiß und so besteht aus Kestien bei mir Keine Ahnung, ich guck's mal rein und wieder raus Irgendwie, alles warm bei mir weiß aus Kestien, oh, ja, oder? Oh, fuck! Fuck! Zeit, wie kommt die nächste Map? Modus CTF, was heißt das? Ich komm nicht mal auf den Server rein zu voll Das wäre es auch extrem gewesen, wie ich ne? Bis! Mach's dir dich, mach's gut! Wieder und es! Nee! Wer hat Bock zu skypen? Ich? Skypen? Schon. Ich? Merk Der Konflikt hat ein n Oh, ja man! Was? Ist es rot oder ziemlich blau? Es ist auf jeden Fall wieder Hijack. Ich bin schon direkt mal drauf gegangen, sagst du? Oh nein. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und melden uns wieder, wenn der wieder drauf ist.